Ich möchte euch kurz ohne Computer demonstrieren, wie ich eine Zeichenkette, diesen Klartext, mit zwei abstrakten Datenstrukturen, dem Stapel und der Schlange, ganz einfach verschlüsseln kann. Dazu vielleicht kurz eine Erklärung, was ist ein Stapel. Beim Stapel ist das erste Element, was ich hinein packe, hier unter dem zweiten, unter dem dritten und immer so weiter. Und das erste Element, was ich entnehme, ist das letzte, was ich hineingepackt habe. Also die drei entnehme ich vor der zwei und die eins entnehme ich zuletzt. Das heißt, last in, first out, das letzte, was hineingeht, geht als erstes heraus. Bei der Schlange ist das anders. Bei der Schlange, ähnlich wie beim Supermarkt, wer sich zuerst anstellt, geht nach vorne zur Schlange. Wer sich da hinten anstellt, rückt immer weiter auf und dann wird von vorne abgearbeitet. Also zuerst die erste Person, zweite Person, dritte Person, first in, first out. Wer zuerst hineingeht in die Schlange, kommt als erstes heraus. So, was möchte ich mit dem Klartext machen? Ich möchte jetzt Buchstabe für Buchstabe diese Zeichenkette auseinandernehmen und ich nehme abwechselnd ein Zeichen auf den Stapel und auf die Schlange. Das heißt, wenn ich die Buchstaben durchnummeriere, 1, 2, 3, 4 und so weiter, dann kommen die Ungeraden auf den Stapel und die Geraden auf die Schlange. Also, das K in den Stapel, das L stellt sich an. Das A in den Stapel, das R stellt sich an. Das T in den Stapel, das E stellt sich in die Schlange. X in den Stapel und das T stellt sich an. Und was ich jetzt mache ist, ich entnehme einfach wieder die Elemente aus dem Stapel und aus der Schlange und baue daraus einen neuen Text zusammen. Also, erste Buchstabe ist das X, dann kommt nicht das T, sondern das L, weil ich ja die Schlange habe. Dann kommt das T aus dem Stapel und das R aus der Schlange. Das A aus dem Stapel, das E aus der Schlange, das K aus dem Stapel und das T aus der Schlange. Und schon habe ich meinen Klartext schön durcheinander gewürfelt. Das nennt sich Transpositionschiffre. Die Buchstabenhäufigkeit ändert sich nichts. Ich habe ja nur die Position geändert.